so warten wir mal ein bisschen warten wir in der stadt ja nicht länger warten so können wir jetzt zum fürsten machen dann können wir den anderen hier mitnehmen er bekommt wie nennen wir ihn klar etwas mit muckeln die nördmann das nur geil ist das letzte letzte schluck in einem glas und einer flasche so das heißt wir haben wieder ein fürst wir können unseren clan wieder einen hinzufügen das können wir machen die damit nehmen der passen zu das sind klar ne ich will auch so aussehen wie er ich will nicht so aussehen wie ich ich wollte da muss ich ins handelsmenü und da kann ich hier ausrüstungszeug machen ich gebe ihm hier kann er das hier tragen ja mit dem besseres schwert rüstung habe ich alles verkauft für ein kampfwaffen gibt es hier keine gescheiten oder für mich er kann sich auch eine arm ist da an sich wäre das gar nicht so verkehrt für ihn ne verbolzen statt dem schild so gut und dann kann ich ihn dann kann ich ihn in der im in der in der in 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 Uppertal. Achso, ah, weil der, ja, ja, ich verstehe. Kann er der Stadtteilte hier werden? So, und Trupp. Er wird ein Trupp. Ja, bitte. Achso, ich muss den Truppen geben. Ähm. Gehst du hier ein paar. Für den Anfang. Und wir füllen jetzt erstmal unsere Gruppen wieder auf. Was ist denn hier eigentlich für ein... Wohland. Ah, da ist der Wohland. Das ist doch der Söldneranführer. Hey, Wohland. Das ist nah genug jetzt. Wer bist du? Kann ich ihn nicht? Ich kann ihn nicht anruhen. Er ist Söldneran-Dienste von Wissen landen. Warum will keiner Söldneran-Dienste von mir sein? Das ist voll traurig. Okay. Wird das noch Zeit für einen neuen Krieg? Gegen Gita. Oder gegen Gita. Gegen Wissenland. Ist das Wissenland? Wissenland. Ne, das hier. Die haben mehr Clans, aber die haben mehr... Mehr Drohungen. Kriegserklärung. Will keiner. Ich bin der Einzige. Ich glaube, unser Verhältnis... Ist, äh, unser Einfluss ist zu erwähnen. Okay. Dann nicht. Mist. Das ist ein bisschen doof, ne? Das unsere... Dass wir unsere Flüster uns überstellen müssen, immer. Wir müssen ein besseres Verhältnis, äh, einen höheren Einfluss kriegen. Kann ich dafür nicht ein Gesetz machen? Euer Christian. Ich bin mehr. Dann nicht mehr. Ich bin der Geist. Ich bin der Geist. Nein, ich bin der Geist. Das ist ein normaler brushing七 so weimar. Der Geist wird wirklich의 Ordnungsver Convention zur Arbeit. Das ist ein anderes الص Ф Waltzูg. Wunsch, das ist amazing. Wir müssen das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie sieht den Eichelschatten so aus? Verteidiger 664, oh, das geht so. Ich steh einfach erober. Kann ich die Stadt einfach beladen? Einfach so? Nein. Warum nicht? Hm. Ist ein bisschen enttäuschend jetzt. Ah, ich müsste ja beschmieden können. Ich hab ja ein bisschen rumgewartet. Ja. Dann... Kann man bestimmt was einschmelzen. Äh, ne. Kann man nicht. Kann alles drauf. Sehr schlimm vielleicht. Nicht. Ich würde gerne... Ja. Ja. So was. Groß. Schwunggeschwindigkeit. Je... Je größer das so langsamer. Hm. Hm. Ist das noch so? Ist das noch so? Starr. Schaden. Zündig schlecht. Okay. Oh, ne große Arzt. Wir müssen bei den Pole Arms bleiben. Hm. Ich hab keine... Ich hab keine... Ohne Geschwindigkeit. Weichweite 4.0. Ich kann's auch nicht machen, weil ich die... die Sachen nicht freigeschaltet hab. Okay. Hier unten seh ich ja welche Teile ich freigeschaltet hab. Ah, ja. So was jetzt... Was gibt's denn so... Standardmäßig? Zweihensteigkolben. Oh, ne. 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 Okay. Oh, ne. Wird es die Reichweite? Ja, wisst. Und den Schaden. Warte ich nicht. Jetzt könnte ich schmieden. Vielleicht schmelzen wir einfach ein bisschen was ein. Äh, verarbeiten wir einfach ein bisschen was noch. Ein bisschen Kohle machen. Um zu leveln. Hätte ich gleich machen können, ne? Tja. Wir können Eicheschatten nicht einfach so belagern. Wir müssen erst ein Krieg lostreten. Und den können wir ja nicht lostreten, sondern wir nicht einen Weltfluss haben. Außer wir greifen einfach irgendwas von denen an. Können wir das Dorf einfach plündern? You best back off. Ich finde das schon gut, dass wir das Chaos vorteilen. Und die Dorfbewohner einfach überfallen. Oh, okay. Ein paar Clans wurden gerade vernichtet. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Feind zähle ich die Azon durch. Das Dorfüberfall. Ich will, dass die mir den Krieg erklären. Oh, ich habe es. Ich habe ihn so quasi den Krieg erklärt. Nice. Dann sollten wir wohl eine Armee aufstellen. Überfall. Wir führen das jetzt durch, beziehen das jetzt durch. So. Ich habe 21 Gold geblündert. Ah, ne. Mehr. Da. Mein Einfluss ist mega. Das runken gerade. Oh. Da. Da.